Eplei Grinding Zeichen Der Eplei Grinding Test erfolgt zur Untersuchung der Menisken. Der Patient befindet sich in Bauchlage und winkelt das Knie auf 90 Grad an. Der Untersucher fixiert nun mit einem Bein den Oberschenkel des Patienten und übt mit beiden Händen eine nach unten gerichtete Kompression auf das Kniegelenk aus. Abwechselnd wird nun der Unterschenkel innen und außen rotiert. Medial auftretende Schmerzen bei Außenrotation sprechen für eine Schädigung des Innenmeniskus. Lateral lokalisierte Schmerzen bei Innenrotation für eine Schädigung des Außenmeniskus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017